Hi, ich bin Kevin vom Technischen Service der Telekom und heute zeige ich dir, wie du dein Haus oder deine Wohnung fit für Glasfaser machst. Auf geht's! Lass uns zunächst über grundlegende Dinge sprechen, zum Beispiel wie ich euch finden kann. Wenn jetzt noch die Klingel richtig beschriftet ist, dann kann eigentlich nichts mehr schief gehen. Es sei denn, ihr habt keinen Zugang zum Hausanschluss. In unserem Fall haben wir Glück gehabt. In unserem Fall hat alles gut geklappt. Damit das bei euch auch so gut klappt, guckt euch die Checkliste an, die mit der Auftragsbestätigung kommt und gebt uns eine Rückrufnummer, damit wir euch erreichen können. Cool, oder? Mit Hilfe von Rotlicht finden wir genau die Glasfaser, die in deine Wohnung geht. Wohnst du in einem Einfamilienhaus, setzen wir die Telekom-Anschlussdose maximal drei Meter entfernt von deinem Hausanschluss. Wohnst du in einem Mehrfamilienhaus wie hier, setzen wir die Telekom-Anschlussdose maximal drei Meter entfernt von deiner Wohnungstür. Möchtest du sie woanders hin haben, ist das kein Problem. Dann benötige ich lediglich von dir einen vorbereitenden Leitungsweg. Das bedeutet auch, Schränke abrücken oder Löcher in Wände oder Decken bohren. 10 Millimeter reichen hier vollkommen aus. 20 Meter Kabel haben wir für dich immer dabei. Das sollte ausreichen. Damit es aber noch schön wird, solltest du im Baumarkt deines Vertrauens einen kleinen Kabelkanal besorgen und diesen am besten schon an der Wand befestigt haben. Dann können wir das Kabel direkt durchführen. Bitte denkt daran, dass das Glasfasermodem Strom benötigt. Deshalb muss in der Nähe von der Telekom-Anschlussdose ein ganz normaler 230 Volt Stromanschluss sein. Das war es auch schon. Wenn ihr alle unsere Hinweise befolgt habt, könnt ihr jetzt euren superschnellen Glasfaseranschluss in euren eigenen vier Wänden nutzen. Viel Spaß damit! Was ich ganz vergessen habe, die eben erwähnten 20 Meter. Sollten euch die nicht reichen, können wir euch dabei natürlich auch helfen. Dazu mehr unten in der Beschreibung. Darüber hinaus braucht ihr Hilfe mit eurem Media-Receiver oder eurem Telefon, haben wir auch was für euch. Dazu auch mehr in der Beschreibung. Ciao, euer Kevin. Das war's für euch.